hey leute willkommen zurück zum let's play eurotrucksmole zu 2 multiplayer und ja gehen wir so viel wieder rein ins geschehen und bin ich mal gespannt was uns jetzt hier erwartet na genau teile muss ich aufstellen so start genau ich habe jetzt meine ich müsste ich jetzt alle wartungen jetzt hier genau jetzt ist unsere lkw wieder voll heiler und ja so genau ach du scheiße ja wir sind jetzt in frankfurt und ich bin jetzt mal gespannt ich jetzt hier rauskommen werde ohne witz auch leute geht mir doch jetzt hier nicht auf die nerven ohne witz ich will jetzt hier aufnehmen und junge fahr doch oh junge du musst dich einfach gleich nicht wundern wenn ich hier rein fahre so jetzt halten wir an und dann nehmen auch diesen auftrag jetzt hier an heißt wir müssen dann wieder auch wieder über ja was soll ich jetzt dazu sagen also wir müssen wieder schiff fahren mit schiff fahren mit schiff fahren okay so aua auch oha das hat sich aber nicht gut angehört einen prozent schaden ja komm das ist jetzt nicht so schlimm was ist denn jetzt los hallo du sollst schalten fahren ohne licht witz ah ok auch leute kommt fahr doch mal richtig hier kann doch nicht sein dass ich die einzige wenn er richtig fährt alter ohne witz das kann nicht wahr sein so fahr doch dinge was bist du für ein typ so und jetzt ist denn meine nächsten roten ampel oh also über rot drüber fahren wollte ich jetzt nicht nein ach er denkt er könnte mich einholen ha 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 guter witz guter witz nächster witz bitte so ok so ok also wir scheinen auf der autobahn noch ein bisschen mehr los zu sein hier wir scheinen jetzt hier auf dem rand zum rand hinzufahren zum rand hinzufahren so es war auch wieder hell das sehe ich jetzt hier auch und ähm ich habe gerade eben bin ich mal so rausgegangen kurz weil ich mit einem kumpel telefonieren musste und was sehe ich da die ersten Schneeflocken hier in köln äh ich habe mich richtig gefreut ne also äh ohne witz wir haben jetzt den 2. Dezember und die ersten Schneeflocken kommen und das fand ich richtig geil dass jetzt hier wieder äh dass es jetzt schon mit Schnee anfängt klar bleibt er noch nicht liegen aber trotzdem ich finde es geil dass es äh jetzt schon anfängt ja ähm worüber kann ich jetzt reden über Euro Truck Simulator so haben wir jetzt alles bin ich muss ich sagen bin ich fertig äh äh was mich gestört hat habe ich gesagt was ich wieder geil finde habe ich auch gesagt ähm tja sonst kann ich eigentlich so nix weiter erzählen hm mir fällt gerade wirklich nix ein aber wir müssen jetzt erstmal hier tanken und ich muss wirklich sagen dass der LKW hier der Duff das ist wirklich äh sparsamer LKW ne also wenn sie mit äh äh Sprit so zu tun hat ähm so also was so jetzt mit Sprit zu tun hat äh also da muss ich wirklich sagen aber da ist der Vollidiot schon wieder ist das ähm ach Junge so ähm Schaden so hatten wir jetzt keinen mehr außer diesen 100% der aber schon beim Start gekommen ist tja aber der eine Prozent macht ihm rein nicht fett aber trotzdem ähm einfach jetzt mal aufpassen dass ich jetzt nicht noch mehr Schaden hinzufüge so oh ja ich sollte auch mal schalten ja ähm genau ähm ähm wir können ja mal über den Landwirtschaftssonater 2015 reden ähm da hat sich bin ich ganz ehrlich hat sich sehr viel getan die LKW LKWs die Traktoren werden jetzt schon schmutzig das heißt man muss sie wirklich ähm ich weiß nicht ich weiß nicht ich meine man muss sie waschen nur wie die gewaschen werden jetzt so äh keine Ahnung weiß ich leider gar nicht ich habe nur gehört dass man die jetzt ähm waschen muss weil die dreckig werden ähm ja das fand ich ja schon richtig cool und äh Landwirtschaftssonater bringt ja jetzt sein eigenes ähm Lenkrad raus und ähm ja wie gesagt äh sie bringen jetzt ihr eigenes Lenkrad raus und das könnt ihr euch schon mal anschauen unter Google gibt einfach Landwirtschaftssonater 2015 Lenkrad ein und ja wie gesagt das haben die selbst gebaut das ist ähm ist noch eine Demo also das heißt das äh Gerät ist noch gar nicht fertig das ist jetzt einfach mal so sagen wir mal so das ist ein Vorsteller ne ähm so das Gerät wird jetzt vorgestellt ähm wird natürlich dann aber auch noch besser aussehen ne so soll es im Moment sein ähm aber die haben da schon wirklich ein super Lenkrad hin äh die haben da schon ein super Lenkrad gebaut also glaube ich werden die das aber auch lassen von da an Alter guckt euch das mal an wie was wir an dem Volvo da vorne rankommen das ist ja unglaublich ne also was wir da an dem da vorne dran ziehen ja jetzt ist noch eins rüber also wie gesagt ich finde das Lenkrad so geil ähm es kann vielleicht sein dass wir den Landwirtschaftssonater 2015 auf diesem Kanal let's playen werden ähm ähm fest steht es halt noch nicht ähm aber ich glaube schon da äh wird sich schon etwas tun ne so äh wann ziehst du jetzt rüber du ziehst jetzt rüber zieh rüber zieh rüber zieh rüber zieh rüber Alter. Oh, fuck. Äh. Äh. Ähm. Sorry. So. Okay. Ja. Das tut mir jetzt leid. Da hat er geschrieben, pass auf Kevin. Ja, aber die sollen einfach mal ein bisschen schneller rüberziehen und nicht drei Jahre lang warten da. Oh, okay. Elfen sind schon rum. Ja. Ähm. Worüber kann ich noch erzählen? Ja, der Wichser biegt jetzt davon endlich ab. Dieses Arschloch. Ja. Hm. Boah, Alter. Ist alles brummt hier bei mir, moh. Ah. Ja. Was kann ich noch erzählen? Blau Leute, schreibt mir mal bitte unter die Kommentare, was ich erzählen kann. Ja, genau. Dann wurde gefragt, was, ähm, ob ich meine, was ich meine Videos aufnehme. Ähm. Ähm. Render. Aufnahme. Und Konsole oder PC. Ähm. Wegen Formel 1. Ähm. Ich bin ganz ehrlich, ich nehme Formel 1 mit dem PC auf. Weil, ähm, ich habe keine Lust mehr, da, dass ich da ein ganz tausend Kabel, ähm, hier, ähm, Zimmer rumfliegen habe, deswegen habe ich mir gesagt, komm, dann pumpst du dein PC immer ein bisschen weiter auf und dann, äh, hast du das alles. Ähm, ich hoffe, ich habe den jetzt. Ja, genau, und dann, äh, ich spiele Formel 1 so mit 120 Frames. Ähm, jetzt habe ich hier zum Beispiel 70, 82, 87, 86. Also bei mir läuft es auch so in den Dreh 90 bis 130, 140 Frames. Ja. Ich will damit aber auch jetzt gar nicht alles weiter angeben, weil, ähm, ich meine, okay, ich habe mir den PC jetzt so zusammengestellt, ich bin wirklich, wirklich stolz darauf, ne? Ähm, aber man braucht es nicht unbedingt, ne? So. Da vorne sind die Nächsten, die wollen geholt werden. Ja, das ist halt immer so eine Scheiße, wenn man, wenn es dann solche Leute gibt, die überholt werden wollen. So, moin. Ah, okay, ich muss jetzt gleich abbiegen. Äh. Ich weiß nicht, ist das schon weit genug weg? Ich glaube schon, ne? Äh. Okay. Ja, dann fang mal ein bisschen schneller, du da vorne. Ja, komm, gib Gummi, Junge. Ich, ich sage dir, ich will jetzt mal weiter hier fahren. Und dann auch mit voller Geschwindigkeit. what the fuck? Leute, guckt euch mal die Kilometer, die KMH-Anzahl an. Auf den Davi rechts. Wie viel war ich? Sieben. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Oh, verdammt. Ah! Fuck. Ja, da kommt der Nächste. Scheiße. Wie viel Geld habe ich noch? Oh, 499.000. Okay. Ach, du Scheiße. Was ging denn gerade ab? Ah, Schaden habe ich so keinen, ne? Nee, nee. Wäre auch jetzt komisch, wenn ich jetzt Schaden hätte. Die Vögel zwitschern. Die Vögel zwitschern. Ach, du Scheiße. Was ging denn da gerade ab? Aber das sind die Leute einfach, die mittendrin einfach ihr Spiel laden, die nicht an den Rand fahren. Nö, wofür? Mann, was hatte ich gerade für ein Glück gehabt, dass ich da gerade wieder so nah dran gespawnt bin. Nö, ohne Witz. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Es kann nicht wahr sein. Oh, ne, witz. Ja, hei, hei. Ich kann so pop, pop, pop. Ich kann so pop, 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 pop. Ich kann so popisch. Tja, und gleich muss ich schon wieder auf der falschen Straßenseite fahren. Wie doof muss man sein? Ciao, ciao! Tja, und gleich muss ich schon wieder auf der falschen Straßenseite fahren. Tja, und gleich muss ich schon wieder auf der falschen Straßenseite fahren. Du Hurensohn! Ach du Scheiße! Du kannst das nicht verteidigen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge, bis gleich!